Hallo zusammen, ich bin Orfeo, arbeite im Gleis 5 und kann Ivano ausbilden. Er ist zurzeit unser Teilnehmer. Unter Begleitung von mir macht Ivano jetzt einen Nabenservice. Zuerst demontieren wir den Wechsel, dann muss er die Bremse aushängen und dann kann man das Rad rausnehmen. Als nächstes soll er den Schnellspanner wegnehmen, die Kassette mit dem Abziehenschlüssel lösen, die Kugeln rausnehmen, damit man sie reinigen kann. Gleis 5 ist dazu da, Langzeitarbeitslose wieder eingliedern. Uns ist es wichtig, dass wir ganz nahe diese Leute begleiten können, dass sie Anschluss finden im Arbeitsmarkt. Und ich finde es toll, hier zu arbeiten, weil man diese Personen ganz praxisnah zeigen kann, wie es geht. Bei uns ist es möglich, wenn man ein IV oder ein Sozialamt als Kostenträger hat, eine Lehre zu machen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch bei uns.